kraftvoll und sportlich das ist dieser audi dieses schnelle auto ist aus dem baujahr 2011 und ist 92.000 km gelaufen ein leistungsstarker motor ermöglicht diesem auto seine sportliche leistung den sportlichen charakter dieses autos finden sie auch in der innenausstattung wieder selbstverständlich verfügt dieses auto über sicherheitssysteme wie berganfahrhilfe stabilitätsregelung und xenon scheinwerfer